herzlich willkommen zu einer neuen unter fortline mit mir gamer nautilus wir steigen mal hier raus ihr seht ja der bus war in der weihnachtszeit geschmückt das heißt dass wir gerade in zwei wochen weihnachten haben oder nächste woche? oder nächste woche schon weihnachten haben wegen das das neue Patch ist draußen da gibt es ja neue Waffen eine Schneeballpistole oder Schneeballbazooka ne Schneeball irgendwas mit Kran irgendwas Schneeballwaffe da waren es nur noch 83 aber dankeschön für die Arbeit mein Freund und oh auch ein Energy Gechenk jetzt wird nochmal getrunken hier 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 Oh mein Gott, die ist ein Sniper Ich muss sofort wegschmeißen die Pistula Und noch mehr von der Ja, okay Okay, wir laufen mal Laufen wir mal los Es sind ja noch 50 Stunden 45 Leute Oh mein Gott Jetzt sind es noch 35 Oh mein Gott Oh mein Gott Da ist noch ein Sniper Ah ne, hab ich schon Kann ich zweites Neid machen wir gehen mal auf I, machen wir mal Inventur, das, 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 genau, das will man mehr haben. Ich glaube, ich gehe mal am Rand los, am Rand kann ich besser, von rechts können sie mich eh nicht abschießen, nicht mal von links oder von links, und in diese Städte will ich umgehen rein, warte mal was los ist, oh das schaffe ich ja, das ist noch 23, mit mir, ok, 22. Okay, nicht gut, das ist gar nicht gut. Aber ich blick mich mal und versuche so reinzukommen. Ich sehe niemanden. Ich glaube, das wäre gerade im Ding, im Gebüsch immer ausgesehen. Dann hätte ich einen Schock bekommen. Dann hätte ich ihn abgeknallt. Und er wäre Rest in Peace. Vielleicht muss ich von der Straße weg, das ist ein bisschen zu. Offensichtlich, dass man mich auf der Straße sieht. Dann hätte ich einen Schock. Dann hätte ich einen Schock. Warten wir mal, vielleicht kommt jemand noch ein Nachzügler. Aber das sieht nicht so aus. Wir laufen weiter rein. Wir laufen weiter rein. Links ist niemand. Hier sehe ich auch niemanden. Noch 12. Ich habe noch einen Kill gemacht. Das ist immer scheiße. Ich muss auch ein bisschen in Form bleiben. Ich habe noch ein bisschen in Form bleiben. Oh, die Map ist noch groß. Übersteck ich Scheiße. Wo sind noch 9 mit mir, mit mir 10. Oh. Ich sehe niemanden, ich höre niemanden. Oh man, der Platz ist scheiße. Also jetzt sind es noch 7, mit mir wären es 8. Oh. 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 Oh shit. Jetzt sind wir noch zu 6. Das sind zusammen. Da ist ein Baum, da ist ein Gewicht. Oh. 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 Ja. Bewegen oder nicht bewegen? Laufen oder nicht laufen? warten wir mit der schutzfolge wir bewegen uns nicht schauen wir mal ob hinter mir jemand kommt wir sind jetzt noch zu viert mit noch 3 gegner das lustige ist irgendwie habe ich kein anthem gesehen seit dem 1.1 kill jetzt haben wir ein problem jetzt noch zu zweit oder zu 13 ich sehe auch niemanden das ist das ist das ist das ist wir sind immer noch zu dritt keiner hat den anderen entdeckt ich habe nur den einen hier links gesehen der ist zu weit weg ich würde mir jetzt nicht anschließend meine position verraten das wäre blöd kommt schon ich habe auch nicht sogar die besten waffen aber der ist schon mal gut das ist das ist das ist das ist das ist da ist es wo mein kostet schon ich habe auch hinter mir nach Die einen habe ich links gesehen. Ist gerade da oben ja jemand. Ist auch ein Berg? Logisch nicht! Wo sind die? Oh! Hallo! Noch einer! Eins gegen eins! Wo bist du? Ich glaube der ist zum Boot Drop, oder? Kommo! Oh scheiße! Was ist da her? Was ist da? Shopping. Nein! Fuck! Ich habe ihn noch bekommen. Ja! Ich drehe durch! Jeeha! Reddit! 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 Oh Mann! Ich habe schon Angst gehabt, dass ich ihn nicht mehr besiege. Oh mein Gott! Danke! Danke! Lord of War Toa! Danke! Ich freue mich so sehr. Ich habe nur 2 Kills. Guck mal wo der erste geworden ist. Was? Tja! Und dann würde ich mal sagen, Dankeschön fürs Zuschauen! Bis zum nächsten Mal! Bei! Fortnite! Mit mir, Nautilus Gamer! Ciao!